Der König eilte die Throntreppe hinauf und zog die große Krone unter seinem Sessel hervor. Hier, sagte er und reichte sie seinem Sohn. Da hast du sie. Viel Spaß damit. Harry zögerte. Und was ist, wenn mich meine Untertanen nicht wollen? fragte er besorgt. Sie wollen dich bestimmt, zwitscherte Rosalinda und strahlte Harry entzückt an. Ja, bestimmt, riefen die heiligen Männer im Chor. Na gut, wenn ihr meint, sagte Harry und nahm die Krone entgegen. Das bleiche Gesicht von Leo den Lügner wurde krebsrot verzornt, als der Prinz sie sich auf sein struppiges Haar setzte. Nimm's nicht so tragisch, Leo, sagte Melissa. Du wärst sowieso ein miserabler König geworden. Was machen wir denn jetzt mit ihm? fragte Jakobus. Fällt jemand eine gute Strafe für ihn ein? Leo warf dem kleinen Erfinder einen fürchterlich finsteren Blick zu. Ich weiß was, rief Julia. Und Leos finsterer Blick wanderte zu ihr. Er muss die verfallenen Kalenderhäuser reparieren, die Wände streichen, die Lächer in den Dächern flicken und all sowas. Und seine Wachen müssen ihm dabei helfen. Das ist eine wirklich sehr gute Idee, rief der alte König. Wirklich ausgezeichnet, liebe äh, liebe, hm, ach ja, liebe Julia. Sowas kann ich nicht, knurte Leo der Lügner. Du wirst es schon lernen, sagte Harry. Und was machen wir mit seiner Burg? Dir wird aufgegessen, sagte Olli. Jedes Kind, das durch einen Kalender kommt, kriegt ein großes Stück. Noch eine gute Idee, rief der König. Ihr beiden seid wirklich zu schlau. Blöde Bäger, murmelte Leo, aber keiner beachtete ihn. Nur riesig hielt ihm drohend seinen großen Finger vor die Nase. Dann beschließe ich jetzt, sagte Harry, dass es von heute an in diesem Land keine Schokohäuser mehr geben wird, sondern nur noch richtige Kalenderhäuser. Hurra, rief Jakobus und hüpfte so entzückt in die Luft, dass ihm die Perücke vom Kopf flog. Leopold knirschte vor Zorn mit den Zähnen. Und außerdem, fuhr Harry fort, beschließe ich, dass Jakobus Jammernich, der Erfinder, mein Berater wird. Leo stöhnte vor Wut. Jakobus aber stülpte sich verlegen die Perücke auf den kahlen Kopf und verbeugte sich tief. Dankeschön, Harry, murmelte er. Das ist wirklich eine sehr große Ehre. Und als letztes, sagte der Prinz, ernenne ich Julia und Olli, unsere ersten Gäste nach so langen Jahren, zu ewigen Ehrengästen. Und sie erhalten die extra Erlaubnis, an jedem Tag des Jahres zu Besuch zu kommen. Julia und Olli sahen sich voller Stolz an. Ich hab ja gewusst, dass du ein wunderbarer König wirst, rief Melissa und gab Harry gleich drei schmatzende Küsse. Der ehemalige Prinz bekannte knallrote Ohren. Ich habe aber noch eine Bitte, sagte er und räusperte sich verlegen. Ich möchte mich nochmal bei all meinen Untertanen vorstellen und sehen, ob sie mit ihrem neuen König wirklich zufrieden sind, bevor wir richtig feiern. Jakobus, würdest du mich herumfahren? Aber natürlich, Jakobus strahlte, allerdings muss ich erst noch Julia und ihren Bruder nach Hause bringen. Oje, sagte Julia, wie spät ist es denn? Lesig zog einen Wecker aus der Tasche und streckte dann sieben Finger in die Höhe. Sieben Uhr, rief Julia erschrocken. Olli, wir müssen nach Hause. Es kann sofort losgehen, sagte Jakobus. Wer will noch mit? Oh, bitte, sagte der alte König ängstlich. Würde wohl jemand von euch hierbleiben? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich das Königsfest vorbereiten soll. Wir bleiben gern hier, riefen Melissa und Rosalinde. Wir auch, riefen Bill, Bob, Barney und Bert. Ach, da bin ich ja erleichtert, seufzte der alte Mann und lächelte die sechs dankbar an. Und was machen wir mit Leo, fratte Rosalinde? Riesig hob den Fürsten am Kragen in die Höhe und malte mit dem Finger ein spitzes Haus in die Luft. Den bringt Riesig schon mal in eins der alten Häuser, übersetzte Jakobus und zwinkerte dem Riesen zufrieden zu. Pass gut auf, dass er auch wirklich arbeitet. Riesig nickte und klopfte dem grimmig dreinblickenden Leo freundlich auf die Schulter. Gut, Jakobus nahm Julia an der einen und Olli an der anderen Hand. Dann wollen wir mal los. Ich komme mit, sagte Harry. Sie winkten den anderen noch mal zu und dann liefen sie eilig aus dem Saal, die Treppen hinunter, durch all die leeren Gänge und Säle zurück, bis sie schließlich wieder vor dem Haupttor standen. Oh, es ist ja schon ganz dunkel, sagte Olli. Über ihn spannte sich der schwarze Himmel mit tausend blinkenden, glitzernden Sternen. Einsteigen, rief Jakobus. Es geht nach Hause. Wisst ihr, wie ich mich nennen werde, wenn ich König bin? Säte Harry und kletterte auf einen der Sessel. König Harry der Hässliche. Wie findet ihr das?